Hallo, ich bin Jacques King, Corporate Vice President, verantwortlich für passive Komponenten bei Future Electronics. Ich möchte Entwicklungen der Industrie mit unseren weltweiten Kundenteilen und Ihnen in diesen volatilen Marktgegebenheiten spezifische Unterstützung bei der Beschaffung und dem Management Ihrer passiven Bauelemente anbieten. 2018 erlebten wir die bisher größte Krise bei den elektronischen Komponenten seit der Jahrhundertwende. Viele Kunden sind immer noch sehr besorgt, ob die Verfügbarkeit von passiven Komponenten, die 2020 und darüber hinaus benötigt werden, gewährleistet ist. Als weltweit führender passiver Distributor mit einer der umfassendsten Lieferketten der Branche spricht unser Team aus Produktexperten kontinuierlich mit all unseren Herstellern über aktuelle Produktionspläne, Lieferzeiten, Preistrends und Auslastungsraten der Fabriken. Dieses Wissen verbinden wir dann mit der allgemeinen Übersicht der globalen Nachfrage unserer sehr breiten Passivkundenbasis. Das Ergebnis ist eine einzigartige und unbezahlbare Marktübersicht, anhand derer wir unseren Kunden Leitlinien und Empfehlungen zur Gewährleistung einer garantierten Versorgungssicherheit geben. Heute möchte ich einige dieser Marktinformationen mit Ihnen teilen. Das Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage, das wir in der kritischen MLCC-Marktkrise von 2018 erlebt haben, wurde zu einem großen Teil von den Marktsegmenten Automobil und Smartphone verursacht. Elektrische Produkte wie dieser erfordern eine immer größere Anzahl passiver Komponenten und dieser Trend wird sich kontinuierlich fortsetzen. Betrachten wir beispielsweise die Verwendung von Kondensatoren in Kraftfahrzeugen. Ein Basisfahrzeug mit Verbrennungsmotor benötigt fast 3000 MLCCs, während die immer beliebter werdenden Elektrofahrzeuge mehr als 12.000 MLCCs enthalten und steigend noch mehr für ihre digitalen Tablets an Bord benötigen. In Bezug auf Smartphones haben neuere Modelle ihren MLCC-Bedarf verdoppelt und benötigen weit über 1000 MLCCs pro Telefon. Allein diese zwei Hauptindustrien haben einen großen Einfluss auf die Produktionskapazität der Hersteller. Die Gesamtnachfrage nach MLCCs und Chip-Widerständen wird weiter steigen, da chinesische Smartphone-Unternehmen mit neuen Applikationen und Stückzahlen diese weiter erhöhen werden. Und das ist nicht das Ende. Wir sehen auch eine deutliche Zunahme neuer Anwendungen wie IoT, Drohnen, vernetzte Fahrzeuge, intelligente Netze, Wearables und natürlich die bevorstehende Masseneinführung von 5G. All dies wird eine immer höhere Anzahl an MLCCs und passiven Komponenten erfordern. Mit dem Aufkommen dieser neuen und explosiven Marktsegmente beeinflussen zwei weitere Faktoren dramatisch die Versorgung mit passiven Bauteilen. Erstens haben viele MLCC-Lieferanten drastische Änderungen in ihre bestimmte Marktsegmente betreffende Produktionsabläufe vorgenommen. Und zweitens werden sich die Hersteller jetzt schwer tun, angesichts der Marktdirektur von 2019, die zu erheblichen Einschnitten beim Angebot geführt hat, die Produktionskapazität aufgrund von Arbeits- und Ausrüstungsvorlaufzeiten schnell zu erhöhen. Aus all diesen Gründen ist es verständlich, dass Kunden über mögliche Versorgungsengpässe im Jahr 2020 und darüber hinaus besorgt sind. Wir bei Future Electronics verstehen Ihre Bedenken und möchten nicht nur bei MLCCs helfen, sondern Sie auch bei Ihrem gesamten Bedarf an kapazitiven und resistiven Produkten, einschließlich Folienkondensatoren, Superkondensatoren, Tantalkondensatoren, einschließlich Polymeren und Induktivitäten aktiv unterstützen. Die Entscheidungen, die Sie jetzt in Bezug auf Ihre Lieferkette für passive Komponenten treffen, sind für Ihre Versorgungssicherheit von großer Bedeutung. Wir ermutigen all unsere Kunden, jetzt Schritte zu unternehmen, um Ihre Lieferkette zu schützen. Wir empfehlen Ihnen, Future Electronics als Erweiterung Ihrer eigenen Einkaufs- und Entwicklungsabteilungen mit einzubinden. Wir bieten Ihnen Online-Expertenberatung in Echtzeit zu all Ihren Bedarfen. Wir helfen Ihnen dabei, die besten Entscheidungen für Ihr Unternehmen zu treffen, indem wir unser Marktwissen und Erkenntnisse nutzen. Nach Überprüfung Ihrer Anforderungen bieten wir ausführliche Anleitungen zu den Technologie- und Produktionsabläufen der passiven Lieferanten an, um Sie bei der Wahl jeder beliebigen Herstellermarke zu unterstützen und so Ihr Risiko zu minimieren. Bei Future Electronics haben Kunden seit jeher höchste Priorität. Wir arbeiten hart daran, für Sie Werte zu schaffen, indem wir eine garantierte Versorgungssicherheit mit den besten erweiterten Zahlungsbedingungen gewährleisten, einmalig in unserer Branche, unabhängig von Vorlaufzeitschwankungen. Kurz gesagt, wir möchten Ihnen zum Erfolg verhelfen. Wir sind sehr stolz darauf, dass Future Electronics aufgrund unserer branchenführenden Supply Chain-Programme auch während der schwerwiegenden MLCC-Engpässe im Jahr 2018 ein pünktliche Lieferung mit mehr als 99,5 Prozent liefern kann. Durch unsere globale passive Lieferkette und den Zugriff auf einen der weltweit größten verfügbaren Lagerbestände kann Future Electronics Ihnen ohne Vorankündigung zusätzliche Lagerbestände zur Verfügung stellen, um eventuelle Steigerungen Ihrer Fertigungsnachfrage zu bedienen. Future Electronics ist der führende Dienstleister im passiven Vertrieb. In dieser Branche sind wir in der besten Lage, unseren Kunden bei der Unsicherheit des passiven Marktes und möglicher Ereignisse in einem beeinträchtigten Umfeld zu helfen. Rufen Sie uns jetzt in einem unserer mehr als 169 Verkaufsbüros in über 44 Ländern weltweit an. Wir unterstützen Sie sehr gerne bei allen aktuellen und zukünftigen passiven Anforderungen. Herzlichen Dank! Rufen Sie uns jetzt in einem neuen Verkaufsbüros in über 45 Minuten.